Bloß gut, dass die Geschichte von Kain und Abel nicht gut ausgeht, zum Glück. Was wäre das auch für eine Welt, in der Gewalttäter einfach ungeschoren davonkommen, statt die Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen? Eine Welt, in der ich nicht würde leben wollen, weil Mord und Gewalt in ihr normal wären. Zum Glück sieht Gott nicht einfach liebevoll drüber hinweg und tut so, als wäre da nichts passiert. Das erste Verbrechen in der Bibel kennt kein Happy End, und das ist gut so. Denn Geschichten der Gewalt können nicht gut ausgehen. Wo Gewalt herrscht, leiden Menschen, weinen oder haben Schmerzen. Wo einer einem anderen Leid zufügt, gehen Beziehungen kaputt und mindestens das Vertrauen stirbt. Das gilt für die zutiefst menschlichen Erfahrungen, die die Bibel hier in Form von Geschichten weitergibt. Genauso wie für das, was wir heute selbst erleben. Bloß gut, dass die Geschichte für Kain nicht gut ausgeht. Man stelle sich nur vor, der erste Mord in der Menschheitsgeschichte wäre passiert, und niemand hätte die Konsequenzen dafür tragen müssen. Kain hätte einfach so weiter seine Felder bestellt, hätte Abels Herde noch mit dazubekommen und wäre vielleicht sogar zum Großbauern aufgestiegen. Keiner hätte dann den furchtbaren Fehler erkannt und daraus gelernt. Niemandem würde die Geschichte weiter zu denken geben. Oder noch schlimmer, man würde daraus vielleicht sogar die Schlussfolgerung ziehen, dass es Gott egal ist, dass Menschen morden. Oder dass er es sogar gut heißt. Nein. Zum Glück macht Gott hier unmissverständlich klar, dass etwas so Furchtbares passiert ist, dass es nicht einfach so weitergehen kann wie bisher. Kain darf nicht einfach weitermachen. Kain muss gehen. Er, der Ältere, der schon vorher das Gefühl hatte, von Gott weniger geliebt zu werden als sein jüngerer Bruder Abel, soll Gott nun gar nicht mehr unter die Augen treten. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn, steht am Kapitelende in der Bibel und hätte auch ein echter Schluss sein können. Das Ende der Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Nach nur vier Kapiteln schon das Ende der Bibel. Der Abbruch des Versuchs, Menschen zu schaffen, die die Erde so bevölkern, wie Gott es will. Voller Liebe zueinander und Verantwortung gegenüber Tier und Natur. Menschen, die nicht sarkastisch nachfragen müssen, ob sie ihres Bruders Hüters sind. Kains Frage heilt tausende Jahre, nachdem sie hier in der Bibel aufgeschrieben wurde, immer noch nach. Soll ich meines Bruders Hüters sein? Hat dieser Mensch damals patzig, pampig und unglaublich frech gefragt und fragt mich mit seiner Frage an, ob ich ihm nicht ähnlicher bin, als mir lieb ist. Ich bin keine Mörderin, nein. Ich habe auch nicht vor, in Zukunft jemanden umzubringen. Aber meines Bruders Hüter bin auch ich immer wieder nicht gewesen, weil es mir zu anstrengend war. Weil ich zu viel anderes um die Ohren hatte, weil ich auch mal etwas anderes tun wollte, als mich um andere kümmern, weil ich doch nicht die ganze Welt retten kann. Schon damals im Grundschulklassenzimmer, gleich in der ersten Klasse, als ich dem Jungen, der sogar aus dem gleichen Dorf kam wie ich, lieber aus dem Weg gegangen bin, statt ihm, was mir ein leichtes gewesen wäre, mit den Hausaufgaben zu helfen. Schon als Sechsjährige hatte ich eine Ahnung davon, dass man einen anderen für asozial und sich für etwas Besseres halten kann, weil es bei ihm zu Hause schmutzig und vermüllt ist und seine Mutter schreckliche Zahnlücken beim Lachen entblößt hat. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Hält die Frage heute noch uns Menschen den Spiegel vor, wenn wir einem anderen nichts Gutes wünschen, weil er einem den Ausbildungsplatz weggenommen oder die Freundin ausgespannt hat, weil die Nachbarin wieder mal in ihrem nie enden wollenden Gerede aus dem Prahlen nicht herauskommt oder der eigene Bruder die alten Eltern immer wieder um Geld anpumpt. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Hat mich beim Lesen in der Vorbereitung auf diese Predigt in dieser Woche auch noch einmal ganz anders getroffen, weil ich abends in der Tagesschau in die Gesichter der Menschen am Kabuler Flughafen schaue. Gott hätte damals allen Grund gehabt, das Kapitel zwischen ihm und den Menschen ein für allemal zuzuschlagen. Und er könnte das auch heute noch tun. Denn bei dem einen Kain ist es nicht geblieben. Kein Wunder deshalb, dass Gott die Geschichte für Kain nicht einfach nur gut hat ausgehen lassen. Ein Wunder ist aber, dass die Geschichte hier nicht aus ist, sondern weitergeht. Und das ist vielleicht das Wichtigste an ihr. Kain darf leben und wird nicht mit dem Tod bestraft. Kain darf weiterleben und Gott nimmt ihm sogar die Angst, dass andere ihn für den Mord an seinem Bruder umbringen. Gott schützt Kain, auch wenn er ihn danach wegschickt. Keinen Ort und keine Zeit soll es geben, in denen Kain nicht sicher sein kann, dass Gottes Zeichen auf ihm liegt. Die schreckliche Mordgeschichte zwischen den breiten Brüdern heißt Gott nicht gut, nein. Er verurteilt sie sogar aufs Schärfste. Aber er überlässt ihr nicht das letzte Wort, sondern stellt ihr seine Gegengeschichte entgegen. Keine Rache, kein Auge um Auge, kein ewiges Feuer oder Blitze vom Himmel, sondern eine Zukunft. Kain darf weiterleben und daraus lernen, was passiert ist. Er bekommt keine Amnestie geschenkt, sondern muss damit leben, was er getan hat. Zeit seines Lebens trägt er die Verantwortung, die er durch seine Schuld auf sich geladen hat. Gott führt ihm das damals direkt vor Augen und findet auch heute Wege, damit wir gut und böse voneinander unterscheiden können. Mein Gewissen ist tief in mir verankert. Mal ist es lauter, mal leiser. Immer aber meldet es sich, wenn ich mich entscheiden kann. Gerade auch beim Lesen dieser Bibelgeschichte. An Kains Geschichte lernen Menschen bis heute für ihr eigenes Leben. Es ist nicht egal, was du tust oder nicht tust. Schon gar nicht, wenn es dabei um andere Menschen geht. Egal aber, wie du dich entscheidest. Ob du hingehst, hilfst, verzeihst, vielleicht sogar liebst und geduldig bist. Oder aber, ob du hast, Verachtung in dir wächst, du die Augen zumachst und die Verantwortung von dir schiebst. Du darfst danach weitermachen. Denn für Gott bist du mehr als das, was du tust. Für Gott bist du ein Mensch, der eine neue Chance verdient hat. Sein Mensch, dem er in jedem Moment des Lebens neu zutraut, das Richtige zu tun. Meine Vergangenheit kann ich nicht ändern, aber in Zukunft andere Wege gehen. Bloß gut, dass diese Geschichte für keinen dann doch gut weitergeht. Gut für ihn, gut für mich und gut für dich. Amen.